Der nächste Einsatz kommt bestimmt. Und eine Zugreise quer durch Neuseeland. Man kann sich gar nicht satt sehen. Und das alles bequem von zu Hause. Ohne Mundschutz und ohne Mindestabstand. Mit unseren Doku-Sommer-Highlights. Die Autos sind handgefertigt wie ein Marsanzug. Das ist kaum zu glauben. Eine wahre Superfabrik. Es geht in die Berge. Halten Sie Ihre Kameras bereit. Ist das nicht ein Traum? Absolut. Sie ist ein tolles Schiff. Etwas ganz Besonderes. Ich mache jetzt frische Pasta mit Zitronen, Conchetta und ganz viel Bamsa. Im August auf N24 Doku. Guten Morgen an diesem Sonntag, den 10. Januar, hier zu den Weltnachrichten. Der Zoff um die Impfstrategie der Bundesregierung geht unvermindert weiter.